Gedenken bei der Rückkehr von der Reise La ilaha illallahu wahdahu la sharika lah Lahu al-mulku wa lahu al-hamd Wa huwa ala kulli shay'in qadir Ayibun, taibun, abidun Li rabbina hamidun Sadaqallahu wa'dah Wa nasara abdah Wa hazamal ahzaba wahdah An jeder hochgelegenen Stelle machte er Sallallahu alayhi wa sallam Dreimal Takbir und sagte dann Es gibt keine Gottheit außer Allah Der Einzige, der keinen Partner hat Sein ist die Herrschaft und das Lob Und er hat Macht über alle Dinge Wir kehren bereunt zurück Unseren Herrn anbetend und ihn lobend Allah war wahrhaftig in seinem Versprechen Er gewährte seinem Diener Erfolg Und er allein besiegte die Gruppierungen Dadä checking in If we are one of the best Lafond You